Heute bauen wir einen ganz kleinen, simplen Bot oder eine kleine Automation, die deine Instagram-Kommentare beantwortet. Wenn jemand bei dir kommentiert, dann antwortet diese Automation darauf. Ob du das nutzen willst oder nicht, ist natürlich dir überlassen. Je nach Instagram-Account macht das weniger Sinn oder mehr Sinn, aber für das Experiment ist das ganz lustig. Dafür brauchen wir als erstes ein Instagram-for-Business-Modul. Da verbindest du deinen Account damit. Das ist ein paar Klicks durchführen. Da gibt es keine Einstellungen drin. Das ist ein Instagram-for-Business-Watch-Events-Modul. Also, wenn ich da in der Liste schaue, jetzt hier suchen, Instagram, wichtig, for-Business-Suchen, nicht das normale Instagram. Das Ganze funktioniert nur mit einem Business-Account. Und hier Watch-Events. Ich glaube, auch ein Creator-Account würde funktionieren. Ich glaube, mein Account ist ein Creator-Account. Auf jeden Fall, hier habe ich jetzt schon einen Hook gemacht. Und sonst klickst du hier Sams New Insta Webhook und verbindest hier mit deinem Facebook-Meta-Login mit Ad hier und wählst deinen Instagram-Account. Und dann Events. Kannst du wählen Erwähnungen, Comments oder Story-Insights. Kannst du natürlich auch weitere Automationen aufbauen, zum Beispiel, wenn du erwähnt wirst, dass du dann benachrichtigt wirst, damit du sofort reagieren kannst? I don't know. Okay, Save. Und dann klickst du eins, zwei, drei Mal und das ist eingerichtet. Brauche ich jetzt nicht. Haben wir also da. Mehr kann man nicht einstellen hier. Das ist sehr rudimentär einfach. Dann, das Nächste ist ein bisschen schlafen. Und zwar in Sekunden. Habe ich jetzt 193 Sekunden schlafen. Was sind das? Drei Minuten. Und damit das nicht sofort antwortet und ein bisschen zu schnell ist mit allem. Open AI. Da müssen wir natürlich dann auch wissen, wie wir antworten. Und was wir hier tun müssen, ist, wenn jemand einfach so ein Fire-Emoji sendet, dann wollen wir nicht einen Liebesbrief zurückschreiben, sondern wenn jemand mit Emojis antwortet, ist das wahrscheinlich ein Spammer. Da antworten wir auch nur mit Emojis. Und da kannst du natürlich deine Prompts dann auch schön schleifen. Und ich habe das einfach alles hier reingepäppt. In meinen Sam's Nuggets stelle ich die ganze Automation zur Verfügung zum direkten Übernehmen hier mit diesen drei Punkten. Import Blueprint, das ist dann dort drin in meiner Community. Zusammen mit einigen anderen nützlichen Automationen. Also klick den Link unter diesem Video, wenn du interessiert bist daran, das direkt so zu übernehmen. Du bist ein erfahrener Social Media Manager. Du schreibst Antworten und Kommentare auf Instagram. Bei Kommentaren, die nur aus einem Emoji oder einem Wort und einem Emoji bestehen, antwortest du mit dem gleichen Emoji Emoji und einem zweiten Emoji. Wenn du Spam vermutest, antwortest du mit Yeah, Baby! Yeah, Baby! Oder etwas Ähnliches. Bei kurzen Kommentaren antwortest du auch kurz. Bei längeren Kommentaren antwortest du mit einem kurzen Satz. Es soll immer freundlich und dankbar wirken, immer in der gleichen Sprache wie der Kommentar, insbesondere, wenn Schweizerdeutsch kommentiert wird, antwortest du in Schweizerdeutsch. Also geh jetzt vielleicht schnell testen auf meinem Instagram-Kanal sam__steiner. Bin nicht so aktiv dort. Und wenn diese Automation noch eingeschaltet ist, zu dem Zeitpunkt, als du dieses Video entdeckt hast, dann solltest du eine Antwort erhalten. Vielleicht werde ich das dann auch bald abstellen. Antworte in Schweizerdeutsch. Also kannst du versuchen, auf Schweizerdeutsch den Kommentar zu schreiben und schauen. Das letzte Mal hat das nicht so super funktioniert. Darum habe ich das hier noch ergänzt. Falls es in Deutsch ist, immer in Schweizer Schreibweise ohne den komischen, grusigen SZ, oder wie das heisst, immer per Du, nicht Sie. Und was man jetzt auch noch tun könnte, das ist jetzt ein System-Prompt. Open AI kennt ja den Ursprungskommentar noch nicht. Das peppen wir erst hier beim User-Prompt rein, schreibe eine Antwort auf diesen Kommentar. Und hier kommt der Text aus diesem ersten Modul Instagram for Business, aus diesem, was ist das, pinken Modul. Ist das pink? Auf jeden Fall, hier kommt der Text. Und wir sehen in den Beispieldaten, ich habe geschrieben, es schien nicht wirklich zu gar, aber es hat dann doch geklappt. Ich habe einfach die 193 Sekunden nicht abgewacht. Okay. Was ich jetzt hier tun könnte, um das noch ein bisschen personalisierter zu machen, ich könnte eine weitere, zum Beispiel System-Message schreiben und sage, hey, du bist oder ich bin, wahrscheinlich nicht so die Rolle, was ist bei der Zermundart-Biekelbild, Leute, Familie, Kinder, Helme, Reisen, bla bla bla. Also ein bisschen Infos geben zu meiner Person. Das würde ich dann mit diesen sechs Punkten hier nach oben schieben. Da müsste ich jetzt natürlich noch einiges mehr reinpeppen. Ich lasse das mal so. Das ist dann auch in diesem Blueprint drin. Dann natürlich musst du das dann für deine Situation anpassen. Hier unten, Max Tokens Zero, das heisst, es nimmt die maximale Anzahl, aber das mache ich eigentlich immer so. Das kostet fast nichts. Okay. Dann habe ich Show Advanced Settings nicht eingeschaltet. Hier. Okay. Ja, das war auch recht überschaubar und jetzt ist es noch überschaubarer. Ich habe wieder ein Instagram for Business Modul mit Create a Reply und hier gibt es fast nichts einzustellen. Ich muss natürlich wissen, auf welchen Kommentar soll jetzt geantwortet werden. Das heisst, ich nehme jetzt aus diesem Modul, das jetzt blinkt da vorne, hier, nehme ich die Comment ID, das kommt heraus. Dann kommt hier rein, das grüne Modul ist die Open AI Antwort und da aus Choices, Message Content, da ist die Antwort drin und das senden wir ab. Das habe ich jetzt eingestellt hier. Vielleicht noch interessant, nein, das ist ziemlich sicher interessant. Every 15 minutes, aber ich habe jetzt eingestellt, dass, also das heisst, es wird sowieso nie praktisch, also sofort antworten, das wird dann zum Teil dann zehn Minuten gehen für die Antwort, aber ich habe jetzt Time From To eingestellt, dass es nicht einfach auch mitten um zwei in der Nacht, wenn jemand irgendwas kommentiert, weil die Person nicht schlafen kann, sofort dann wieder antwortet drauf, sondern irgendwie ein bisschen zu Tageszeiten antwortet es hier und da könnte man sagen, gut, Samstags bin ich nie auf Instagram zum Beispiel, ich habe jetzt das, ja, ganz hier, aber ich könnte natürlich auch im Sommer ein bisschen Pause machen, würde dir auch gut tun. Das heisst hier, hier unten wählen, hier draufklicken und wählen At Regular Intervals, das ist die ganze Geschichte, Save, ich exportiere das jetzt als Blueprint, stelle das bei Sam's Nuggets rein, der Link ist unter diesem Video und damit unterstützt du natürlich meinen YouTube-Kanal, würde mich freuen und du erhältst natürlich auch die anderen Automationen, die dir Stunden und Stunden einsparen pro Monat, wenn nicht sogar zehnfach so viel, okay? Mein Ziel ist mal, ein Video zu machen, wo ich sage, hey, ich habe jetzt und da bin ich noch nicht so weit, genug Automationen, dass ich 20.000 Euro pro Monat spare. Oder 50.000, wäre richtig cool und das kannst du auch. See you soon. Hey, du hast etwas vergessen, du hast es nicht gezeigt. Oh, das stimmt. Ich habe vergessen, die Automation zu zeigen. Jetzt gehen wir auf meinen Account hier. Das ist mein Profil. Ich bin eingeloggt mit meiner Band und jetzt wollen wir hier einen Kommentar absetzen, in Schweizerdeutsch, in eine Frage aus den Details noch stellen, aber dafür gehen wir zuerst in diese Automation und stellen das habe ich jetzt auf alle zwei. Ich stelle das auf jede Minute. Ich muss nachher wirklich daran denken, das wieder hoch zu stellen und Sleep nehmen wir weg. Ich brauche eigentlich nicht so viel Sleep. Ich mache jetzt für jetzt 14 Sekunden Sleep. Das sollte reichen. Save das. das Szenario was saved. Okay. Run once. Das sollte jetzt eigentlich... Oh. Hat nichts, weil jetzt kein Kommentar kam bis jetzt. Kein Bundle, es läuft nichts durch. Jetzt gehen wir auf den Kanal und wir öffnen den neuen Post und schreiben da auf Schweizerdeutsch Welches Instrument spielst du in der Band? Du magst dich erinnern, diese Infos habe ich in einen Prompt reingebappt im ChatGPT-Modul in der Automation Post. Zack. Das habe ich jetzt im Namen meiner Band habe ich jetzt mich selbst gefragt, welches Instrument ich in der Band denn so spiele. Okay. Jetzt geht es los. Wir peppen das schnell auf die Seite. Sollten wir hier dann bald mal sehen, vor allem wenn wir hier in die Automationsübersicht gehen, haben wir ein History hier rechts. Ja, doch jetzt ist hier das durchgelaufen und hat mir eine Antwort gesendet auf meinen Kommentar mal schauen ob die stimmt. Ja, welches Instrument spielst du in der Band? Ich bin der Bassist von der Band. Supergute Antwort, passt, kam aus diesen Zusatzinfos, das heisst, je mehr du da reinpebst, desto besser kann ChatGPT für dich antworten, aber das war jetzt eine wunderbare Antwort, hat supergut geklappt. Jetzt könntest du noch einrichten, hier in der Automation am Schluss, dass wenn es kommentiert hat, dass es dir eine Message schickt, irgendwie auf Slack oder E-Mail oder Notification auf deinem Smartphone, damit du das noch überprüfen kannst und solche Dinge, aber für Proof of Concept, kleine Automation mit AI, läuft im Hintergrund für dich, ob du das einsetzt, wie gesagt, Social, glaube ich, kannst du nicht wirklich einfach wegdelegieren, aber es ist ein Proof of Concept, dass AI in einem System sehr gute Dienste leisten kann, aufpassen, wie du das einsetzt. das ist,